und Bauer bringt ja ziemlich viel Geld, also echt 240, äh, warte mal, was klar, aber ich, 14.000, genau, 14.000 pro Lieferung, dafür muss man auch mal wieder fünf Minuten warten, aber ich denke, ja, das wollte nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, einmal habe ich das Ganze jetzt schon gemacht, also 14 KW komme ich schon mal am Payday, das mache ich jetzt auch zwei, dreimal noch in der Abnahme jetzt, und ja, dann sollte das eigentlich reichen. Das kann kein Atmen online diesmal, oder? Ah doch, ich wollte vorhin mal sehen. An jemanden online, der mir was sagt? Ist ja, ähm, ja, paar Leute, die auf dem Server kenne ich ja schon, zum Beispiel, oder Lauch, ähm, die, die mich getötet haben, aber ja, oder Erik, aber echt nur, wo ich jetzt sage, ach ja, der ist ja, krass, ey, weiß ich ja, hm? Upsala. So, optimal. Gut, dann kurz darüber, und mit Schock. Oh, Party steht online, okay, den hatte ich jetzt hier, wer merkt, ähm, äh, fs, ähm, Party, Stier, 880, hi. slash fs, nicht, slash fs, fsc, scheiße, was war das denn? help. ähm, send fs. ähm, ähm, hi, ähm, können wir gleich machen. Hol mich bei der Farm ab. Ja, ach so. Dann fs. chat. putt. Putt aufs. Schmotor, und wir fangen jetzt die Runde, und dann holt er uns hoffentlich gleich ab. Oh, die Punk. Ja, slash start. Bauer. Find ja nicht komisch, dass das immer so krass erhöht wurde, also, es war ja erst 10k, wo ich angefangen hatte hier, und jetzt sind's, ja, 15, äh, 14. Und ich mein, man macht ja eigentlich nichts dafür, ne? Man fährt hier ein bisschen rum, und das war's dann schon. Aber ich sag das jetzt echt nicht, irgendwas schwerer, einfach nicht, mach mal kurz. Auf. Legen. Ach so, okay. Das legt automatisch auf. So, und dann werden wir Pilot machen, wenn wir genug Geld haben. Ähm, der Schein kostet 35k, das heißt, das dauert nicht sehr lang, bei Bauer, bis ich den hab. Und, ja, und dann ist alles toll. Ähm, ne, dann können wir ein bisschen rumfliehen. Jetzt auch ganz schön. Auf jeden Fall was, was man auch nicht hingeht, dass andere das verpassen sollte. Alter. Lol. Auf jeden Fall. Das ging schneller als erwartet. Viel schneller. So. Mal gucken, wann er jetzt kommt mit dem Heli. Und ob er überhaupt kommt. Okay. Nehmen. Ja. Hi. 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 Ähm. Bin. Jobbin. Ich mach gerade Banggewerfer. Was? Der muss ein Banggewerfer. Okay. Okay. Okay, mach ich. So, dann werden wir gleich mal beim Bangebefall vorbeischauen. Das dauert halt ganz bisher, wenn Fahrer da drüben sind, aber... So lang geht's ja auch nicht. Gut. Da, hier noch kurz und dann abliefern. Und weitere Verzeihung aus dem Verdienst, wie gesagt. Und zack. Oh, aber da auch nicht. Er ist tot. LOL. Okay, jetzt geht's wieder. Flash FS, Jet, RT, Stina, 80, oder auch nicht. Ähm, gut. Dann FS, Jet, 80, ich weiß, hab's grad gelesen, wie lang. Hm, gut, dann fahren wir gleich rüber. Einskunde. So. Ja, dann fahren wir nochmal kurz mit dem Fingern. Dann können wir hier besuchen. Komm, ich... ...dich... ...halt im Gefängnis... ...besuchen. Gut, ab zum Gefängnis. Außer Kopf ist es dann wieder voll. Merken gleich, wenn wir da sind. Gut, wir brauchen noch was zu tun, ne? Und dann können wir ihr danach wieder hierherfahren. Oder er hat ja bestimmt noch was vor. Gut. Dann geht's hinfahren. Und dann nicht lange, mir kann ich selber das Gelände erfahren und über die Zäune. ...zwar nicht fahren, aber springen. Und da oben ist irgendwas. Mal kurz hinschauen. Alles wahrscheinlich ein Gang-Gebiet. Ein Gebiet der... ...Aztekas. Aroh mit Slash Gang-Fighter. Okay, mach ich mal. Geht sowieso nicht. Vermute ich. Und selbst mit dem Messner Scheiß, dumme Idee. Tasten spammen. Tasten spammen. ... ... Vielen Dank.